Karl Theodor Auen war ein deutscher Filmschauspieler. Leben Karl Auen begann seine künstlerische Laufbahn 1911 am Theater. Sein Filmdebüt gab er 1914 an der Seite von Asta Nielsen mit der winzigen Rolle eines Oberkellners in dem Melodram Weiße Rosen. Seitdem stand er in zahlreichen Stummfilmen vor der Kamera, häufig unter der Regie von Franz Hofer, William Kahn, Leo Lasko und Wolfgang Neff, und oft in der Rolle gutaussehender Adliger und Gentleman. Seinen Erfolg begründeten zwei Spielfilmreihen, in denen er den Kriminalisten Rat Anheim und den Detektiv Joe Debs verkörperte. Den Höhepunkt seiner Karriere bildeten in den 1920er Jahren erfolgreiche Filme wie Frauenschicksal, Lüder Sanin, Aschermittwoch und Einer gegen alle. Auen gehörte bereits vor der Machtergreifung, der Nationalsozialisten, dem völkisch gesinnten, antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur und der Nationalsozialistischen Betriebszellen Organisation Film an. Im Tonfilm, zu dem er 1932 im Alter von 40 Jahren und nach 107 Stummfilmrollen wechselte, trat Karl Auen nur noch in Nebenrollen auf. Dennoch schätzte Josef Goebbels ihn genug, um ihn 1933 zum Leiter der Fachschaft Film der Reichsfilmkammer zu ernennen, einer Schlüsselposition in der Personalpolitik innerhalb der nationalsozialistischen Filmindustrie. 1937 spielte Karl Auen im Propagandafilm Togga einen Kriminalbeamten und übernahm in Richard Eichbergs Doppelfilm Der Tiger von Eschnapur und Das indische Grabmal zum letzten Mal eine kleine Filmrolle. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Karl Auen Vertreter für Spirituosen. Zum Schluss. Zum Schluss. Vielen Dank.